lauscher wagte sich nicht zu rühren aus angst in irgendeine bodenlose kluft zu stürzen vor seinen augen waberte noch eine weile das gegenbild der erloschenen flamme und dann waren nur noch gestaltlose schwärze rings um ihn so werde ich keinen schritt vorankommen sagte er mutlos und kauerte sich auf den boden er hätte jetzt noch nicht einmal sagen können wo sich die schlange befand oder ob sie überhaupt noch da war doch dann hörte er das leise schaben ihrer geschubbten haut auf dem rauen gestein und das war wenigstens ein anhaltspunkt in dieser undurchdringlichen finsternis warte nur sagte rinkola warte nur du wirst deinen weg schon finden und als er in die richtung blickte aus der ihre worte kamen meinte er im dunkel zwei kaum wahrnehmbare helle flecken zu erkennen und je länger er auf diese stelle starrte desto schärfer hoben sich nach und nach diese aufhellungen ab und er begriff dass dies rinkolas augen waren willst du mich nicht begleiten wenn ich in die tiefe steige sagte er das licht deiner augen würde mir schon genügen nein sagte die schlange diesen weg mußt du alleine gehen wenn du hier wirklich etwas finden willst würde dich fremdes licht nur stören denk an deinen namen und verlass dich auf dein gehör und vergiss nicht was du suchst während dieser letzten worte war der blasse schimmer von rinkolas augen immer schwächer geworden und auch ihre stimme klang leiser als käme sie schon aus größerer entfernung eine weile hörte er noch das schabende geräusch der dahingleitenden schuppenhaut und dann war er allein im dunkeln zunächst war er nahe daran in panik zu geraten die lautlose schwärze stand um ihn wie eine drohung der er sich hilflos ausgeliefert fühlte lange saß er bewegungslos und lauschte und als er schon meinte daß er taub geworden sei in dieser von aller welt abgeschlossenen höhle drang ein kaum wahrnehmbares geräusch an sein ohr vielleicht von einem wassertropfen der sich von irgendeinem vorsprung gelöst und auf eine steinplatte aufgeschlagen war nach einer langen pause in der er die hoffnung schon fast wieder aufgegeben hatte fiel ein zweiter tropfen und gleich darauf ein dritter dieses helle ping schien irgendwo aus der tiefe herauf zu klingen und dort mußte der schacht sein lauscher tastete den zerklüfteten höhlenboden ab und begann langsam in die richtung zu kriechen aus der das geräusch gekommen war ihm war als habe er eine endlose strecke zurückgelegt als seine finger endlich spürten daß es unmittelbar vor ihm hinab in die tiefe ging von unten wehte es kühl herauf in sein gesicht und als jetzt noch einmal dieses geräusch die stille zerbrach klang es schon deutlich und fast greifbar nahe da faßte sich lauscher ein herz und begann mit den füßen voran vorsichtig in den steil abfallenden gang hinabzusteigen jeden halt mußte er erst mit den fußspitzen ertasten und auf seine festigkeit überprüfen ehe er es wagte sich ihm anzuvertrauen und ein stück weiter vorzudringen einmal brach ein stück gestein unter seinem tritt los und polterte in langen sprüngen in die tiefe unendlich langsam kam er auf diese weise voran und doch trof ihm der schweiß bald von der stirn als er sich eine weile auf einem felsabsatz ausgeruht hatte und eben den abstieg fortsetzen wollte hörte ein leises wispern das von unten mit dem leichten zugwind zu ihm herauftrang sofort hielt er in der bewegung inne und lauschte doch da war es wieder still erst als er schon wieder ein stück weiter hinab geklettert war ließ sich dieses wispern wieder vernehmen diesmal schon etwas deutlicher es klang als spreche jemand leise und monoton vor sich hin aber die worte waren nicht zu verstehen zugleich bemerkte lauscher als er hinab in die tiefe spähte weit unter sich einen gelblichen schimmer jetzt da er ein ziel vor augen hatte und bald auch in diesem schwachen schein schon einige tritte und griffe ausmachen konnte kam er rascher voran und mit jedem schritt wurde auch die stimme deutlicher vernehmbar ich habe einen schönen dicken runden klumpen gold sagte sie und hier ist noch einer den ich dazu legen will und den dort drüben hole ich mir auch noch lauscher hörte ein leises schlurfen und ächzen als bewege sich ein schwerfälliger körper dann flüsterte es wieder hab ich dich mein schönes glänzendes goldstück gleich lege ich dich zu den andern komm nur mein schatz mein kostbares kleinod lauscher war nun dicht über der stelle an der sein abstieg in einen größeren raum zu münden schien aus dem das licht herauftrang vorsichtig und ohne ein geräusch zu machen ließ er sich das letzte stück hinab und blickte in eine gewölbte höhle die schwach erleuchtet wurde vom glanz einzelner golden schimmerner brocken die überall in den wänden steckten wie rosinen im kuchen und an einer stelle im hintergrund am boden angehäuft waren und während er sich noch fragte woher diese stimme die er gehört hatte gekommen sein mochte sah er wie eine unförmige masse die er eben noch für einen felsblock gehalten hatte langsam über den unebenen boden kroch und sich über das bett aus faustgroßen goldenen kieseln zu schieben begann kommt hier einer der mir mein gold stehlen will sagte die stimme lasst euch schön zudecken meine lieben keiner soll euch sehen keiner soll euch betasten keiner soll euch mir wegnehmen und während die schimmernden goldklumpen stück für stück unter dem unförmigen körper verschwanden begann lauscher erst die ausmaße dieses wesens zu ahnen das wie eine ungeheure schnecke über seinen schatz kroch bis es ihn völlig verdeckte doch kaum lag es ruhig begann es schon wieder zu wispern ach dort drüben in der wand steckt ja noch ein köstlicher goldener klumpen ich kann ihn mir nicht holen weil ich meinen schatz nicht verlassen darf lauscher grauste vor diesem wesen dessen gestalt im halbdunkel kaum auszumachen war aber wenn er weiter in die tiefe vordringen wollte mußte er durch diesen raum gehen um die mündung eines ganges zu erreichen die ihm von der gegenüberliegenden wand entgegen gähnte einen anderen weg gab es nicht so nahm er all seinen mut zusammen und sagte ich will dein gold nicht lass mich nur durch deine höhle gehen ich bitte dich er will kein gold wisperte das wesen kein gold will dieser winzling lügt wohl dieser winzling er soll nur wagen hier heranzukommen würde ihm übel bekommen würde ihm übel bekommen wenn ich mich auf ihn lege und ihn erdrücke soll er nur kommen ich nehme dir nichts weg sagte lauscher was ich suche ist noch tiefer in diesem berg verborgen was sucht er denn dieser winzling sagte das wesen soll er mir doch sagen was er sucht einen ring und eine kette sagte lauscher den goldenen ring will er haben und die goldene kette sagte das wesen also will er doch gold für sich nehmen nicht für mich sagte lauscher aber das wesen fauchte böse und sagte er lügt wohl schon wieder dieser winzling warum sollte einer etwas nehmen wenn nicht für sich selbst ein dieb ist er und ich werde ihn ersticken lauscher erkannte daß er auf diese weise nicht weiter kam dieses wesen schien so von seiner gier nach gold besessen daß es an nichts anderes denken könnte man müßte seine gedanken von diesem zwang befreien dachte er und da fiel ihm seine flöte ein er holte sie aus der tasche setzte sie an die lippen und während er schon die ersten töne spielte hörte er noch wie das wesen wisperte was tut der winzling da mit diesem schönen glänzende ding spricht auf einmal eine andere sprache die mir weh tut da drinnen das soll er nicht tun die letzten worte hatte das wesen fast geschrien aber lauscher ließ nicht nichts stören sondern tastete weiter mit seiner musik nach dem herzen dieses wesens falls es überhaupt ein herz hatte lauscher versuchte sich dieses wesen vorzustellen das kaum wahrnehmbar in seiner ungestalt auf dem goldenen lager neben dem anderen ausgang der höhle hockte und leise ächzte wie lange mochte es schon hier in dieser abgeschlossenheit seinen hort bewachen ob es schon immer hier gehaust hatte oder war es irgendwann einmal durch zufall in die tiefe gekrochen und hatte sich nicht mehr trennen können von diesem funkelnden gold vielleicht war es früher von anderer art gewesen ehe die gleißenden schätze seine sinne verwirrt hatten lebte in den worten die es zu den toten goldklumpen gesprochen hatte nicht eine ferne erinnerung an empfindungen die jetzt verschüttet lagen unter der all seine sinne beherrschenden gier nach dem schimmernden metall liebchen hatte es gesagt komm mein schatz wie man zu einem lebenden wesen spricht das man gern hat und so versuchte er mit seiner flötenmelodie den verborgenen kern freizulegen in dem vielleicht noch ein rest an erinnerung an solche empfindungen lebte und während er sich mit seiner musik immer näher tastete ging das ächzen des wesens allmählich in wimmern und weinen über und schließlich schluchzte es was tut er mir dieser winzling mit seinem schimmernden zauberding weckt mir bilder die einmal waren ehe ich hier in der höhle hauste liebe war da und zärtlichkeit komm zu mir winzling und lass mich deine warme hand fühlen damit ich das wieder einmal spüre komm zu mir